hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von software deutschland in diesem video möchte ich Ihnen gerne zeigen wie Sie mit Camtasia ein Video von 4 zu 3 auf 16 zu 9 machen ja ich nehme jetzt mal mein Logo hier das ist am besten als erstes öffnen wir dann noch mal Camtasia ein bisschen warten so dann nehme ich mal mein Logo hier so und jetzt wählen wir hier unter widescreen 16 zu 9 einmal die drei Formate hier in welcher Qualität Sie es haben wollen so und schon sehen Sie da die Ränder so dann gehen wir auf Zoom und Schwenk wenn Sie das nicht finden gehen Sie unter mehr und dann wählen Sie da Zoom und Schwenk aus so dann klicken wir mal hier auf das Bild drauf noch ein Rechtsklick und dann ein Video Video ändern rasten so jetzt ist das aber so ausgestreckt das sieht ein bisschen blöd aus also an manchen Videos sieht das gut aus an manchen Videos sieht das so ausgestreckt aus muss ich da selber wissen aber es gibt auch noch eine andere Methode ich füge das nochmal neu ein so und jetzt können wir das hier können wir die unteren und oberen Teile wegschneiden das gibt es ja bei manchen Videos auch dass sie das machen und ja so sieht das dann aus sieht natürlich jetzt mit dem Logo scheiße aus naja gut wenn ich Ihnen weiterhelfen konnte können Sie uns gerne abonnieren feld k k k k Untertitelung des ZDF, 2020